Arum war Wurmschwanz der einzige dunkle Zauberer, der nach Gryffindor einsortiert wurde. Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir darüber diskutieren, ob Peter Pettigrew alias Wurmschwanz der einzige Schüler war, der jemals in Gryffindor einsortiert wurde und gleichzeitig ein dunkler Zauberer wurde. Wenn du ein Fan der Harry Potter Reihe bist, kennst du wahrscheinlich Rubeus Hagrids berühmte Worte. Es gibt keinen einzigen Zauberer oder keine einzige Hexe, der böse wurde, der nicht in Slytherin war. Diese Worte, die dem elfjährigen Harry auf den ersten 100 Seiten von Der Stein der Weisen ausgesprochen wurden, hatten einen enormen Einfluss darauf, wie die meisten von uns, Harry eingeschlossen, das Haus Slytherin und die Neigung dazu, dunkle Hexen und Zauberer hervorzubringen, betrachten. Und doch hat sich die Zaubererwelt im Laufe der Saga und auch noch lange nach der Veröffentlichung von Die Heiligtümer des Todes im Jahr 2007 verändert. Wir haben gelernt, dass nicht alle Hexen und Zauberer, die böse sind, nach Slytherin sortiert wurden. Tatsächlich gab es einige unglaublich berühmte gute Hexen und Zauberer, wie Merlin, die Slytherin-Schüler in Hogwarts waren und auch einige unglaublich böse, die in anderen Häusern waren. Ein gutes Beispiel dafür ist Barty Crouch Jr., ein abscheulicher Todesser, der wahrscheinlich ein Ravenclaw-Schüler war. Er folterte im Namen von Lord Voldemort viele Hexen und Zauberer, täuschte sie und tötete sie sogar. Ebenso Professor Quirinus Quirrell, der auf die Suche nach Voldemort ging, um seine vergangene Macht zu erlangen, nur um am Ende von Dunkeln Lord besessen zu sein und seine Befehle ausführen zu müssen. Und dann gibt es da Peter Pettigrew, der einst ein Rumtreiber und bester Kumpel von James Potter, Sirius Black und Remus Lupin war. Und natürlich ein ehemaliger Gryffindor-Schüler. Peter, der auch von seinen Rumtreiberkollegen als Wummschwanz bekannt war, schloss seine Ausbildung in den 1970er Jahren ab. Da er nie so beliebt oder talentiert war wie seine Freunde, fühlte sich Peter von seinem Umfeld ziemlich unterbewertet und suchte anderswo nach Bestätigung. Dies führte dazu, dass er schließlich laut Voldemort die Treue schwor, um mehr Macht und Wertschätzung zu erlangen. Obwohl nicht genau bekannt ist, wann er ein offizieller Todesser wurde, wissen wir, dass es vor 1981 war, als er das Vertrauen der Potters verriet und ihren geheimen Aufteilsort an Voldemort weitergab, womit er sein Gelübde als ihr Geheimniswahrer brach. Dieser Verrat führte dazu, dass der Dunkel-Lord das Haus der Potters in Godric's Hollow besuchte und sowohl James als auch Lily ermordete, bevor er versuchte den Säugling Harry Potter zu töten. Es lässt sich nicht bestreiten, dass Peter Wurmschwanz-Pettigrew in der Tat ein dunkler Zauberer war. Nachdem er die Potters verraten hatte, beging er auch einen Massenmord, beschuldigte Sirius Black seines Verbrechens, täuschte seinen eigenen Tod vor und kehrte dann 10 Jahre später zurück, um Voldemort zu dienen. Die Frage bleibt jedoch, ist Wurmschwanz der einzige dunkle Zauberer, der jemals im Haus Gryffindor einsortiert wurde? Als ich zum ersten Mal mit dieser Frage konfrontiert wurde, war meine erste Reaktion, nein, das kann nicht richtig sein. Es muss mindestens einen anderen Schüler geben, der in Gryffindor einsortiert wurde und sich als ein dunkler Zauberer erwies, oder? Nun, wie sich herausstellt, ist das nicht wirklich der Fall. Nach allem, was ich weiß, gelesen habe oder uns im Internet finden konnte, scheint Peter Pettigrew der einzige ehemalige Gryffindor-Schüler zu sein, der komplett böse wurde. Und mit komplett böse meine ich wirklich böse, nicht wie, oh, dieses eine Mal, dieser Gryffindor bla 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 hat irgendwie gemobbt oder sowas, sondern eher so, dieser Zauberer hat ein Haufen unschuldiger Menschen ohne guten Grund umgebracht. Abgesehen davon glaube ich, dass es einige knappe Fälle mit anderen Zauberern gab, die böse hätte werden können, wenn die Umstände anders gewesen wären. Das bemerkenswerteste Beispiel, zumindest für mich, ist Professor Albus Dumbledore. Ich denke, dies ist besonders erwähnenswert, da viele Fans spekuliert haben, ob Dumbledore wirklich böse war oder nicht. Persönlich glaube ich zwar nicht, dass das stimmt, aber der Mann hatte sicherlich Fehler. Ich habe ihn überhaupt erwähnt, weil die Vorstellung, dass er insgeheim böser war als Lord Voldemort einfach verrückt ist oder überhaupt, dass er böse ist. Obwohl ich nicht glaube, dass Dumbledore böse war, denke ich doch, dass er ein dunkler Zauberer hätte werden können, wenn bestimmte Ereignisse in seiner Jugend anders verlaufen wären. Zunächst einmal schloss Dumbledore sein Studium in Hogwarts im Glauben ab, dass er ein Geschenk für die Zaubererwelt sei. Ein Zauberer, der in der Lage ist, Veränderungen herbeizuführen und wie sich herausstellte, die magische Gesellschaft zu beherrschen und die Muggel zu unterjochen. Ich beziehe mich natürlich auf Albus Dumbledores Beziehung zu Gellert Grindelwald, zu dem Dumbledore in seiner Jugend eine intensive Beziehung hatte und auf seine Pläne die Welt an seiner Seite zu erobern. Er beschrieb seine Gefühle gegenüber Harry mit den Worten, ich war begabt, ich war brillant, ich wollte ausbrechen, ich wollte glänzen, ich wollte ruhm. Verstehen Sie mich nicht falsch, sagte er und Schmerz überzog sein Gesicht, so dass er wieder alt aussah. Ich habe sie geliebt. Ich habe meine Eltern geliebt, ich habe meinen Bruder und meine Schwester geliebt, aber ich war egoistisch, Harry, egoistischer als du, der du ein bemerkenswerter, selbstloser Mensch bist, das dir vorstellen könntest. Als meine Mutter starb und mir die Verantwortung für eine geschädigte Schwester und ein Missraten in einen unberechenbaren Bruder überlassen wurde, kehrte ich voller Wut und Bitterkeit in mein Dorf zurück. Gefangen und vergeudet, dachte ich. Und dann kam er natürlich. Dumbledore sah Harry direkt in die Augen. Grindelwald. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich seine Ideen ergriffen haben, Harry, wie sehr sie mich entflammt haben. Muggel in die Unterwerfung gezwungen. Wir Zauberer triumphierend. Grindelwald und ich, die glorreichen jungen Anführer der Revolution. Es ist nicht schwer vorstellbar, dass Dumbledore, wenn die Dinge anders verlaufen wären, möglicherweise seine finsteren Pläne an der Seite von Grindelwald weiterverfolgt und sich zu einem ebenso dunklen Zauberer wie Gellert entwickelt hätte. Glücklicherweise für die Welt der Zauberer, aber tragischerweise für die Familie Dumbledore war das Ereignis, das Elbes Sinneswandel herbeiführte, das Dreier-Duell zwischen ihm selbst, seinem Bruder Aberforth und Gellert Grindelwald, bei dem seine jüngere Schwester Ariana versehentlich getötet wurde. Dieses Ereignis veränderte Dumbledore für immer, da der Verlust seiner Schwester ihn von dem dunklen Pfad, den er eingeschlagen hatte, abbrachte. Ein weiterer Schüler, der in Gryffindor eingesortiert wurde und ein dunkler Zauberer hätte werden können, obwohl es ziemlich weit hergeholt ist, ist Rubius Hagrid. Rubius Hagrid ist der wohlmeinende, aber etwas nachlässige Halbriese, Halbzauberer, der Harry zum ersten Mal die Idee vermittelt, dass er ein Zauberer ist. Im Verlauf der Saga sehen wir, wie er Harry immer wieder unterstützt, obwohl ihm dabei der eine oder andere Fehler unterläuft. Natürlich ist es schwer vorstellbar, dass dieser riesige Mann anders sein könnte als der Hagrid, den wir kennen und lieben, aber man muss bedenken, dass er vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen hätte, wenn er nicht Albus Dumbledore gehabt hätte, der auf ihn aufpasste. Als Halbriese hatte er wahrscheinlich während seiner Schulzeit mit Vorurteilen zu kämpfen, besonders aufgrund seines Interesses an gefährlichen magischen Kreaturen. Leider führte dieses Interesse dazu, dass er in seinem dritten Schuljahr wegen der Wiedereröffnung der Kammer des Schreckens von Tom Riddle, dem zukünftigen Lord Voldemort, der Schule verwiesen wurde. Nach seiner Vertreibung aus Hogwarts wurde bekannt, dass er eine junge Akromantula namens Aragog hatte, eine intelligente Riesenspinne, die er Aragog nannte. Im Verlauf der Saga erfahren wir auch, dass Hagrid weithin gefährliche magische Kreaturen sammelte, die er oft als liebevoll als Haustiere bezeichnete. Wenn Hagrids Leben etwas anders verlaufen wäre, könnte man annehmen, dass er aufgrund seiner Abstammung den Hexen und den Zauberern alles übel genommen hätte, die ihm die Chance auf eine gute Ausbildung verwerten. Getrieben von dieser Wut und seinem Interesse an gefährlichen magischen Kreaturen hätte Hagrid durchaus ein dunkler Zauberer werden können, der seine Haustiere für Angriffe auf verschiedene magische Gemeinschaften einsetzt. Glücklicherweise durchschaute Albus Dumbledore die Anschuldigungen von Tom Riddle und verstand, dass Hagrid nicht fähig war, die von ihm vorgeworfenen Verbrechen zu begehen. Schließlich gab er Hagrid die Position des Wildhüters in Hogwarts und erlaubte ihm, auf dem Schulgelände zu leben. Im Verlauf der Saga wird deutlich, wie sehr Hagrid Dumbledore für seine Unterstützung bewundert und auch respektiert. Ein perfektes Beispiel dafür ist, als Hagrid im Jahr 1991 zum ersten Mal Harry vor den Dursleys abholt. Er wird zur Abwechslung mit anderen Jugendlichen seiner Art zusammen sein und unter dem besten Schulleiter, den Hogwarts je hatte, Albus Dumbledore. Und ich finde, damit ist auch bewiesen, dass der einzige dunkle Zauberer, der jemals in Gryffindor gewandelt war, Peter Pettigrew war oder der auf die böse Seite gewechselt ist. Falls ich irgendwen übersehen haben sollte, schreib es mir jedoch gerne in die Kommentare. Ich bin immer offen für Neues. Und das war's auch wieder mit dem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreib es mir wie gesagt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.